Danke, danke für die Wursache, danke. Ja, TikTok ist der Absturz. Deine Nase auch. Wenn man TikTok hatet, dann kommen sie zu ihren Kindern, die mit TikTok-Generation aufgewachsen sind und das TikTok einfach Bullshit ist, aber egal, bin ich einfach voraus aus dieser Matrix, also dieses Internet-TikTok-Weltiger zum Glück, weil sonst hätte ich mich verloren Alter, in meiner Seele, wegen TikTok, also diese Live-Matches, zum Glück. Also ich weiß nicht, ob du noch lange bleibst. Warum? Weil du darfst nicht mal streamen auf Twitch. Oh, mit TikTok. Äh, ich hab immer so, also ne, meinst du, meinst du, wenn die Sache kommt oder darf, ist es allgemein verboten? Allgemein verboten. Du darfst nur auf YouTube, also, oder auf TikTok, aber du musst das zensieren. Ja, zensiert habe ich. Ja, bringt gar nichts, es kommt immer, also, ja, du kriegst ein Bande, ich bin, so, ist keine gute Idee. Besser macht YouTube. Ich mache selber auch YouTube, also. Wie heißt du? Ich schreib's mal, komm. Kann ich schon? Ich schreib's mal. Ich schreib's mal. Ich hör auf zu chess. Ja, komm, ich bekomme. Also, eigentlich, ja, ich bleib da noch dran. Oh, die Hände. Ich bleib mega perfekt. Aber, ja, also, auf Twitch möchte ich, hey, ich bin lieber besser nicht, also. 2600 Abonnenten? Ja, eigentlich mehr als 2000 Abonnenten, ja. Das ist das Ding. Also, ich kann dir nur einen Tipp geben, besser streamen auf, wie heißt das? Auf YouTube. Aber hast du da eine Community aufgebaut, oder wie ist das? Ich hab mit YouTube angefangen, aber es lief nicht, dann bin ich einfach auf Twitch gegangen, und ich hab jetzt, das ist jetzt mein fünfte oder sechster Stream, ich hab jetzt 72 Follower. Auf Twitch? Ja, wenn du weitermachst und durchziehst, ich kann dir ein Tipp geben, wenn du eine Community wie heißt das, besser auf YouTube, besser aufzubauen, als über Twitch zu starten. Weil Twitch kann man nicht direkt starten und dann direkt 100 Abonnenten plus machen. Ich weiß, aber ich mach mir auch TikTok hübs. Ja, es kann doch fahren eigentlich, weil es gibt TikTok, ist für mich jetzt nicht so besonderes. TikTok ist für mich so, ich geh halt nicht zu der Streaming-Kategorie über YouTube und Twitch. Also ich finde es nicht. Was ist? Ich finde es nicht so. Aber, wie ihr das seid meine. Es ist, für mich ist TikTok so einfach. Es ist für mich gar kein Ziel dahinter zu sagen. Es ist einfach. Natürlich kann man ja einen Follower zu geringen, das stimmt, aber es ist einfach. Ja, okay, dann gehe ich mal weiter. Ich bin trotzdem. Schönen Abend. Und man sieht sich. Ja, dir auch. Tschüss. Also ich mach's. 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 Lass dir Liebe da in den Videos oder wenn das Video online kommt. Lass dir Liebe da. Ich wollte dich, ich wollte dich. Ja, guck's. Warum diese Gucci-Kate? Guck mal, ich bin eigentlich gegen Gucci-Hasser, Digga. Ich hasse Gucci-Machi. Mach mal, Digga. Ich hasse auch Gucci. Ja, aber guck mal. Ja, ich trage die einfach nur so. Nein, Mann, das ist nicht cool. Warte, heißt du wirklich auf YouTube? Schreib, Digga, soll ich sagen, man. Ich mach so sogar YouTube-Video. 2K! Warte, machst du ein Video? Ja. Oh mein Gott, ich bin auf YouTube-Yoshi. Ich hab dir gefolgt und Glock aktiviert. Dankeschön, Cousin. Wenn du jetzt spielst vorne, Ja. Trag auch meinen Credit. Mach ich. Wie geht der? Es steht in YouTube. Also Y und T-Result vorweg. Mach ich, Bruder. Wir sehen uns. Ciao. Tschüss. Digga, wie random, Digga. Du machst YouTube. Krass. Ich küsse dich aus, Eide. Digga, das ist krass. Wow. Ich эту Kuss. Jah Perry. krass dead. significa Die die die. Die die was sie geht. Ey gehts. Scheiße man, wie hat sie mich ganz gedeiht? Ich bin ehrlich, Bruder. Ich weiß nicht, dass wir mit dem Bewerb machen. Nicht gut. Aber wo ist keiner? Komma, keiner einfach. Komma. Komma, Juni. Komma, Juni. Komma, Juni. Die Huren, die nicht scheiße. Die Huren, die nicht scheiße. Die Huren. Die Huren. Die Huren. Die Huren. Wir sehen uns auf YouTube. Ich muss halt zensieren, bitte. Nicht beleidigen. Was machst du mit deinem Mann? Ich mach YouTube gerade. Ah? Ja. Es gibt ein Video, das wird auch eine halbe Minute bekommen. Mach. Ich küsse dein Ernst. Mach, Habibi. Mach, Cousin. Mach, Cousin. Mach, Habibi. Ich zensier dich. Ich zensier dich. Nein, zensier mich nicht. Jeder soll wissen, wer ich bin. Ja, Daniela, du Hurensohn. Ich fick deine Mutter, ich fick deine... Ja. Was machst du jetzt? Was ist das für eine Camion hier? Was ist das? Nee, ist älter als die beide zusammen. Jett, was? Egal, ähm... Was geht? Was läuft? 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 Wie heißt du auf Twitch? Ich mach kein Twitch mal YouTube. Machst du YouTube? Ich mach kein Twitch mal YouTube. Besser YouTube. Besser YouTube. Weil Twitch ist so... Besser? Ja, ja. Bis gerade am Aufsehen? Ja, natürlich. Bis gerade am Aufsehen? Stabil, ja. Ich glaube, Nora. Wir haben uns auf Team tatsächlich Content bieten, oder? Kein Problem. Ich schreibe dir meinen Namen. Ich schreibe dir auch deinen Namen. Ich schreibe dir meinen Namen. Also, ich meine, die seit ein Jahr... Was hast du noch gehabt, Thomas? Wie ich mache seit ein Jahr? Ich glaube, ich hab noch... Ich hab noch... Ich hab noch... Diese... Was hast du... Wie machst du das, Lando oder Tag? Einfach so eine lange, aber in der Schule gehabt. Das ist das Ding. Stabil, ja. Schule zusammen... Ja, also, soll man es sagen? So, Schule... Langweiler gehabt. Ja. Machst du Ome Konzept, oder was? Ja, in der Art. Auch Vorfind, nebenbei. Du hast 1.350, oder? Genau. Warte, ich muss mal ein Foto von deinem machen. Ich guck auch später. Geil. Ich hab dich aber nie gesehen. Warte, kommt natürlich zurück, oder? Irgendwann, Bruder. Sind wir da oben. Warte. Warte. Nie mit aufgeben. Immer weitermachen. Auch wenn du nur 5 Klicks hast. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Immer weitermachen. Du musst dir vorstellen, ob es 5 Klicks sind trotzdem Menschen, die das angucken müssen. Genau. Manfekt macht man das ja aus Fun. Weißt du, wie ich mein? Genau. Nicht wegen Geld. Also, jetzt im Moment verdiene ich gar kein Geld. Und du auch nicht, ne? Ja, ja. Ich auch nicht, Bruder. So, weißt du, ich mein? Auch Spaß eigentlich. Auch diese Geschichte. Ja. Ja, okay. Damit dauert es einen schönen Tag noch. Man sieht sich schon. Ich hab's auch nicht aus, ne? Wir sehen uns zusammen auf der Gamescom. Gamescom. Die IT-Bereich. Stimmt. Und jetzt nicht mit der Röpfung ab und nach Taschen. Oh nein, Bruder, ne? Ich krisse dein herzige. Grüß du in den Haus. Nein, grüße dir nicht raus. Oder du drehst, du bist Skandal 2.0, der Gehast. wer endet den Kapitalismus weil der Kapitalismus enden muss gar kein keiner ist ja anonym keiner ist ja anonym du bist nicht anonym keiner ist ja anonym jeder kann ihn sehen muss mit deinem Auge legen er kann sagen gar nichts zu dicker neben komischer Welt also so das ist das Ding also wie alt hat man aber sauber egal was passiert hier man ich brauche den Schleifmann mann alter riecht mir nicht genau auf es geht schick dich er ist da doof er hat einen McDonalds-aumbraun ich wollte keine Menschen da nicht aussehen aber er sagt das F-Wort und hat McDonalds-aumbraun ich küss er nicht, ich habe auch McDonalds-aumbraun ich mach ihn mal ab ich 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 wir platzen die anderen in der Sonne zu sehen wie alt wie alt wie alt wie alt wie alt natürlich bei einfach mein es den da wo wird So, go.